Hallo und herzlich willkommen zu einer meiner Minecraft Tutorials. Ja liebe Leute, ich wollte schon das Video, was ich gerade drehe, eigentlich schon mal vor zwei Stunden oder so hochladen. Ich hätte schon mal ein anderes Video dazu gedreht. Aber leider ist mir dann zufällig aufgefallen, dass da doch irgendwas auf meinem Desktop ist, was da eigentlich gar nicht hingehört. Ich mache erstmal einen Virenscan, der zeigt mir ein Virus, an den er aber nicht löschen kann. Ich mache einen Routescan, komme auf 10 Pfunde und 43 Warnungen. Heißt, da war irgendwas nicht so ganz in Ordnung, habe ich jetzt gefixt. Und deswegen geht es jetzt hier an dieser Stelle auch weiter. Und zwar mit, ich finde einen viel besseren Fireworks-Mod. Zuerst hat mir der User, dessen Name ich gerade vergessen habe, ähm, wartet, ich finde es wieder raus. Äh, das finde ich raus, wartet Leute. Oh, jetzt hier, mache ich gerade hier ein bisschen Werbung für den User. Und zwar hat mir der User PCman662 den Link geschickt. Der hat mir auch schon viele Links geschickt. Dafür bedanke ich mich nochmal recht herzlich. Auch Tropicraft. Und jetzt hat auch der User, ähm, genau, hier alles was funny ist. Äh, den kenne ich auch schon ein bisschen länger. Mir hier einen Link geschickt. Danke nochmal an dich. Ähm, zum richtigen Fireworks-Mod. Also zum, oder zum richtigen, zum besseren. Ich kann jetzt hier mal ganz kurz ein Video zeigen. Äh, nur so die Stelle, wie es dann aussehen wird. Vielleicht zufällig später mal bei euch. Also, mit sowas könnt ihr dann rechnen, ne Leute? Nur so klein. Eine kleine Info an euch wartet. Hier das Finale. Genau. M habe ich jetzt gezeigt. Also der Fireworks-Mod, ähm, besteht aus den drei Teilen Fireworks, Audio-Mod und Model-Oder. Also er funktioniert nur mit den drei Teilen. Dann, ähm, drücken wir einfach mal, um den Mod jetzt zu enablen. Windows.str, Prozent-App, Data-Prozent im Ausführen-Fenster eingeben. In den Roaming-Ordner Punkt-Minecraft-Bin. Und ihr seht, ich habe schon was drin. Na toll, kann ich nicht wieder meinen Punkt-Minecraft-Ordner löschen. Sonst, ach, ging es manchmal wieder nicht auf die Reihe. Äh, und Leute, bitte. Wenn ihr es nicht hinkriegt, und ihr seid euch sicher, dass es nicht geht, ihr habt es drei, viermal probiert. Dann, ähm, einfach mal mich anschreiben und nicht in die Kommentare, weil auf Kommentare werde ich per se nicht antworten, weil ich einfach keine Lust habe. Ich habe keine Lust, tausend Kommentare unter meinem Video zu schreiben, bloß um diesen ganzen Leuten, die zu faul sind, mir eine Nachricht zu schicken. Äh, da zu erklären, was da der Fehler ist. So. Wie ihr merkt, habe ich hier schon wieder diese zwei Deppen im Hintergrund, die des Weiteren ja im Videoverlauf ja wieder irgendwas reinrufen werden. Bin ich mir garantiert sicher, also bitte ich an dieser Stelle mal ungefähr Verständnis. Ähm, ja. Okay, ich lade das hier Minecraft gerade mal neu runter. Und, äh, jetzt, ähm, drücken wir auf Punkt-Minecraft, Bin-Ordner und öffnen die Minecraft-Jar mit WinRAR. So, ähm, die Dateien könnt ihr euch natürlich in der Videobeschreibung unter den Download-Links herunterladen. Dann nehmen wir den Audio-Mod, ziehen das hier rein. Mod-Loader, auch rein mit dir, los, vorwärts. Und Fireworks auch rein. Content in Minecraft-Jar. Rein damit. Meta, aus der Minecraft-Jar raus, aber vorher noch die Meta-Inf-Ordner löschen. So, dann könnt ihr es in den Punkt-Minecraft-Ordner. Dann die zwei Sachen hier reingezogen. Ja. Und dann Source-Ordner. Das ist nur für diejenigen, die hier scripten wollen, also für uns nicht wichtig. Okay. Liebe Leute, dann gehen wir in eine Minecraft und werden uns das Ganze jetzt mal in-game anschauen. Ich werde noch Too Many Items dazuholen, um das Ganze noch ein bisschen besser zu machen. Ja, genau. Und jetzt Singleplayer-Create-New-World und wir createn eine neue World im Survival-Create-Mode, damit wir auch rumfliegen können. Und jetzt Generating-Level-Building-Terrain. Wir sind so aufgeregt. Feuerwerk ist auch sowas Schönes. So, Leute, da sind wir in-game. Und ich habe ja schon eine kleine Schaltung aufgebaut für euch. Denn, ja, also man hat jetzt hier so eine Box. Das ist diese, ja, diese Box. Und aus der kann man jetzt, wenn man rechts draufklickt, so Dinger in die Luft schießen. Seht ihr schön. Bäm. Epic. Aber für die besonders feinen, äh, Foulen unter euch, gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, das alles zu erzeugen. Ja, ihr seht es ja schon. Ähm, ihr seht schon, so habe ich eine Schaltung aufgebaut. Sicher gemacht, das ist völlig sinnlos. Das reicht völlig aus. Ähm, also. Hier haben wir eine ganz normale Schaltung. Und so baut man das Teil. Also, ihr baut einen Block hoch. Dann baut ihr an diesem Block, an jeder Seite, Redstone-Fackeln dran. So, dann baut ihr über diese Redstone-Fackeln was drüber. Genau so hier. Hebt das Ding in der Mitte auf. Und dann könnt ihr, könnt ihr einen Kreis aus, äh, einen Kreis aus Redstone rumziehen. Da sind wir jetzt so nah dran. Das ist auch egal. Und ihr seht jetzt erstmal, er kann jetzt hier auch noch rumziehen, ist egal. Ihr macht dem, wie man es braucht. Und ja. So, jetzt passiert aber noch nichts. Also, wenn wir jetzt hier ein Ding nach daneben stellen, dann passiert da exakt nichts. Wartet. So, jetzt hier ein Ding hin, da passiert gar nichts, ja. Der Trick ist jetzt noch, hier oben drauf, wo jetzt Gras ist, einmal Redstone-Fackeln, und jetzt geht das so immer an, aus, an, aus, an, aus. Und damit wird das Teil da aktiviert. Normalerweise. Geht das nicht, ist auch egal. Wird gleich sehen, dass es bei der großen Schaltung funktioniert. So, große Schaltung. Wir machen wieder einen Redstone rein. Und es geht los. Wir machen hier drüben auch noch dasselbe. Und jetzt können wir diesen schönen epischen Ausblick von hier hinten genießen. Oh, wow. Ah. Hm. Oh. Ja, das sind die Geräusche, die man normalerweise bei so einem Feuerwerk macht. Sieht doch hübsch aus, oder Leute? Nein. Man kann dann auch riesige Schaltungen aufbauen. Also, ihr könnt dann richtige Riesenfelder bauen. Und dann auch epische, richtig epische, äh, so Feuerwerke dabei bauen. Aber das ist nur verdammt laut, muss ich sagen. Ich hab einen Sound schon auf, äh, auf 39 Prozent. Das ist immer noch so laut. Bei der Entfernung. Also, ich muss sagen, das ist richtig episch gemacht. Und jetzt wisst ihr, wie man so einen, ja, wie man so einen, äh, sag mal, einen Ausschaltkreis hinkriegt. Jetzt gehen wir mal an, aus, an, aus, an, aus die ganze Zeit. Und aktiviert damit die ganze Zeit die Raketen. Wir wollen da mal, wir wollen mal in die Raketenschüsse rein. Ah, ich werde angegriffen, Bombenangriff. Oh, ist das schön, Leute. Man kann natürlich auch alles unterirdisch bauen, sodass man nichts davon erkennt. Und nur die Raketen und alles so, ja genau, so wie man es halt braucht, ne. Na gut, liebe Leute. Ich will mich dann hier schon an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich hab ja schon alles aufgebaut, ihr braucht jetzt nichts mehr machen. Äh, also ich brauchte nichts mehr machen hier in diesem Video. Und ja. Gut, liebe Freunde, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr macht den Mod auf euer Minecraft mal rein. Ähm, ist nämlich ein richtig geiler Mod, der gefällt mir richtig, richtig gut. Nochmal danke hier an alles, was funny ist, dass er mir hier den Link geschickt hat. Sieht richtig gut aus. Ja gut. Und dann bin ich hier an dieser Stelle mein Tutorial und verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.